Hallo, willkommen zu meinem neuen Video. Und wie ihr sehen könnt, ist schon Sabrina richtig groß geworden. Der Kleine ist da. Seht ihr? Da? Ja. Und auf jeden Fall, wir haben noch eine Überraschung für euch. Und die werde ich gleich mal zeigen im großen Aquarium. Zack, da am letzten Sand. Alles hier. Das ganze Ding hier. Überall sind Noblien. Die kann man nur so ein bisschen unscharf erkennen, leider, weil die so klein sind. Ja. Ja. Und das wollte ich euch nur zeigen. Ja. Und das hier oben ist Wasserpest. Ja. Das hier oben ist Wasserpest. Die kriegt jetzt erstmal eine Furze. Die muss man so halten. Ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar lasst und ein Like. Aber am liebsten würde ich mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Tschüss. Ich dass hier oben passiert. Ja. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat.